Jetzt wiederum freue ich mich sehr darauf, dass wir hier im Saal als paralleles Panel ein Thema diskutieren können mit tollen Panelistinnen und Panelisten hier, was uns als Organisation im Besonderen am Herzen liegt. Auf der einen Seite, weil wir finden, es ist wichtig, dass eine Veränderung in der Gesellschaft eben auch auf städtischer, auf kommunaler Ebene, wenn man so will, von unten nach oben wächst. Wir haben bundespolitisch schon diskutiert viel gestern und heute ja auch noch stärker auf der europäischen Ebene und umso mehr freut es mich jetzt, dass wir den Blick richten auf Städte, auf Kommunen, auf das Thema Cradle to Cradle Modellregionen. Und da freue ich mich hier auf der Bühne begrüßen zu dürfen, einmal Helge Viehweg, den Bürgermeister unserer Partnergemeinde Straubenhardt. Lieber Helge, herzlich willkommen. Zu seiner Rechten, zu ihrer Linken, Laura Wietje, gebürtige Berlinerin hier. Ich glaube, die erste Berliner Panelistin, glaube ich, hier auf dem Kongress der letzten zwei Tage aus Lichtenberg, nicht weit vom Cradle to Cradle Lab. Mittlerweile seit zehn Jahren in Schweden, unter anderem mit Kultusinitiatorin von Cradle.net, die sich auch dort gerade in der regionalen, kommunalen Entwicklung, aber auch über ganz Schweden engagieren. Da hören wir gleich mehr zu. Herzlich willkommen, liebe Laura. Wir haben auch bei uns André Gikus. André versteht hervorragend Deutsch. Ich glaube, er spricht auch hervorragend. Trotzdem wird er auf Englisch wiederum antworten, was uns freut. Wir haben Simultanübersetzung aktiv. André arbeitet bei der UN, genauer gesagt bei UN-Habitat, wo meine Kollegin Nora Griefern im letzten Jahr auch auf der Weltkonferenz in Mexiko eingeladen war und dort bei der UN gesprochen hat. Von daher ein Mindestens, dass wir nicht nur die UN und UN-Habitat zurück einladen, sondern im Besonderen hier diese Perspektive mit einfließen lassen. Lieber André, herzlich willkommen bei uns. Freut uns sehr, dass du da bist. Und genau an dieser Stelle ist es eben die Kombination aus dem globalen Denken und dem lokalen Handeln. Und unsere langjährige Vorsitzende und Gründungsvorsitzende Monika Griefern, die nach wie vor bei uns im Beirat aktiv ist, in einer anderen Rolle heute hier auf diesem Panel. Denn du, liebe Monika, kandidierst als Oberbürgermeisterin in der Stadt Mühlheim und willst genau das umsetzen. Du hast viel global gedacht und global bewegt und möchtest jetzt lokal anpacken. Herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist. Der kritische Blick auf die Zeit sagt mir, wir haben zwar Zeit, aber nicht zu viel. Von daher starten wir gleich los damit. Wir haben uns überlegt, dass wir zu Anfangs kurze Impulse mit reinnehmen, um dann gemeinsam die Themen zu diskutieren. Und wir hoffen auch, dass wir die Fragen Richtung Publikum öffnen können. Und deswegen freue ich mich, dass wir gleich mit dir starten, lieber Helge. Du hast uns zwei Bilder mitgebracht und ich würde mich freuen, wenn du uns kurz mal erzählst und damit beginnst, warum ihr mit uns gemeinsam daran arbeitet und wieso vor allen Dingen ihr als Gemeinde Straubenhard Cradle to Cradle beschlossen habt und was dahinter steckt. Darauf freuen wir uns jetzt von dir zu hören. Ja, vielen herzlichen Dank. Erstmal auch für die Einladung. Es ist ja für uns auch tatsächlich Premiere, bei so einem Kongress eingeladen zu sein. Und ich sage es immer, wir leben gerade den Versuch sozusagen. Wir sind in dieses Thema eigentlich so ein Stück weit reingerutscht, reingerutscht, reingefallen. Ich werde es wahrscheinlich nie vergessen. Ich saß bei einer Tagung der Industrie- und Handelskammer bei uns in Pforzheim und es ging um Gewerbegebiete der Zukunft. Und ich war so ein bisschen skeptisch und habe mich gefragt, naja, mal sehen, was das so wird. Und dort war Professor Braungart eingeladen als Gast. Er sollte aber ganz zum Schluss sprechen. Und zwischendrin hatte ich schon gedacht, ich gehe jetzt nach Hause, weil irgendwie ist das nicht so ganz das, was wir uns vorstellen, weil wir sind eingeschlossen von wirtschaftsstarken Kommunen, die aber auch auf der anderen Seite viel Fläche für Gewerbe haben. Und ich habe mich immer wieder gefragt, wie können wir als Straubenhardt im Wettbewerb, in Anführungsstrichen, es auch schaffen, uns ein Stück weit abzusetzen. Ein anderes Thema, das aber auch gleichzeitig Verantwortung für Flächen und Ressourcen in den Blick nimmt. Und alles, was ich da gehört habe, war halt so dieses Herkömmliche. Wir brauchen mehr Flächen, wir brauchen mehr Flächen, wir brauchen mehr Flächen und wir müssen unseren Unternehmen mehr Raum geben. Und irgendwann kam dann Professor Braungart auf die Bühne mit seinem Turnschuh und hat gesagt, machen Sie alles so weiter wie bisher. Sie sagen, Sie sind aber im Denken schon wieder wo völlig woanders und ich könnte auch nach Hause gehen, aber ich erzähle es halt trotzdem. Und dann hat er die Menschen ziemlich verwirrt mit seinen Ideen und ich war ehrlicherweise das erste Mal wach und habe gedacht, jetzt klingt es interessant und habe ihn mir im Anschluss an diese Veranstaltung gekrallt und habe gesagt, ob er nicht Interesse hätte, mal in eine kleine Kommune im Schwäbischen mit 11.000 Einwohnern zu kommen. Und das ist ein Blick von unserer Schwanerwarte, unser schönster Blick, den wir mitunter haben, bis in die Rheinebene hinein. Und er hat sich das angehört und hat gesagt, ja, sprechen Sie mich an, schreiben Sie mich an. Da wusste ich nicht so genau, wie kompliziert es eigentlich war, an ihn ranzukommen. Aber er kam in den Gemeinderat und das meinte ich mit, wir sind in diesen Versuch reingeflogen. Der Gemeinderat, dem ging es wie mir. Wir fanden es einfach toll, wir fanden es innovativ. Und wir haben gesagt, das ist der Weg der Zukunft. Und dann haben wir gesagt, lasst uns nicht drüber reden, lasst uns einfach ausprobieren und machen. Und seitdem sind wir begeisterte C2C-Anhänger. Und dann haben wir uns gefragt, ja, wie können wir Modellkommune werden, wie können wir das machen? Und auch da hieß es, macht es einfach. Und dann haben wir uns zur C2C-Modellgemeinde erklärt, sind jetzt die Erste in Baden-Württemberg, bauen ein Feuerwehrhaus nach diesen Grundsätzen und das wird so aussehen. Und das ist im Moment mein Lieblingsbild unserer Gemeinde. So ein Feuerwehrhaus mit dem Entwurf, ich finde, das sieht einfach nur toll aus und geht mit den Flächen gut um, setzt prima Materialien ein und man sieht dieses Zwischengeschoss mit diesen Holzständern dazwischen. Das wird Parkfläche sein, die im herkömmlichen sonst nebenbei und nebenan gebaut würde. Und das ersetzt sozusagen auch sehr einigen Flächenverbrauch und ist ein völlig anderer Ansatz. Kritiker in der Gemeinde sagen natürlich, aha, so ein Bau ist ja klar, dass der sehr teuer wird und das ist alles das unbekannte Cradle to Cradle. Und ich glaube, das wird die Herausforderung sein, dass wir auch Menschen auf dem Land sagen, dass neue Ideen nicht automatisch teurer werden und wenn sie teuer sind, dass sie dann den Bürgerinnen und Bürgern nicht später teuer zu stehen kommen. Und das hat man ja auch an diesem Wochenende bisher gelernt, dass eben diese Wertschöpfungskette, dass wir eben nicht für die Müllhalte produzieren, sondern dass das ein Gebäude ist, wenn die Feuerwehrleute Menschenleben retten, dass die selber in den Gebäuden nicht krank werden, sondern sich da gerne aufhalten. Und ich freue mich schon unheimlich drauf. Und auch auf diesen weiteren Weg. Und ich glaube, wir können es nur machen, indem wir Kommunen und Städte sagen, lasst es uns machen, so wie bisher wollen wir nicht weitermachen. Und ich glaube, auch an kleinen Produkten des täglichen Lebens können wir es konkret werden lassen. Und das sind unsere neuen Schritte auch in dem Jahr. Und wenn wir dann am Ende des Tages und am Ende dieses Jahres nochmal ein paar Schritte weiter sind, dann freue ich mich darüber ganz gewaltig. Sehr spannend, lieber Helge. Vielleicht nimmst du uns auch noch mal kurz mit auf die Reise oder den aktuellen Stand, weil das ist jetzt eine Visualisierung. Wie weit seid ihr gerade mit diesem Projekt? Also wo steht ihr gerade? Ist das noch ein Entwurf? Gibt es die Baustelle oder ist es schon fertig, das Gebäude und ihr habt das Foto nur nicht aufgetrieben? Wir haben ja auch Bilder von der Baustelle. Aber ich habe gehört, die Regie hat da Bilder weggenommen. Aber egal. Der Rohbau steht soweit. Jetzt ist dann das Zwischengeschoss dran. Also wir hatten Spatenstiche im März, Grundsteinlegung dann im September und jetzt arbeiten wir hin, dass wir spätestens zum Herbst, Winter einzugsbereit sind. Also zumindest so fertig sind, dass es bezugsbereit ist. Bis dann die ganzen Abnahmen und so weiter laufen, gehen wir im Moment Januar, Februar nächsten Jahres aus. Sehr spannend, Helge. Und wir freuen uns, dass wir diesen Weg auch ein Stück weit zusammengehen. Wir sind nicht die, die mit euch dieses Gebäude bauen, aber wir sind die, die bei uns in der Geschäftsstelle ein extra dafür neues Referat gegründet haben, nämlich unser Referat Städte und Kommunen. Und unsere Referentin Lorena Zangel für den Bereich Städte und Kommunen ist auch heute da, hier vorne. Einfach auch nur mit dem Hinweis auf die Nachahmer. Das ist ja gewünscht. Ihr seid jetzt die Ersten in Baden-Württemberg. Das kann euch keiner mehr nehmen. Jetzt wollen wir aber, dass auch nachgeampft wird. Das heißt, wir reden gleich weiter darüber und haben da zukünftig auch mit Lorena bei uns eine Anknüpfung und hören dann gleich noch mehr darüber, wie habt ihr die Gemeinderäte überzeugt und wie sehen die Kritiker das heute. Da gehen wir gleich näher drauf ein. Ich freue mich jetzt, dass als nächstes Monika uns da nochmal eine Einordnung gibt in diesem Kontext, welche Rolle das spielt, welche Beispiele es auch gibt. Weil ich glaube, für das, was wir in die Zukunft rein diskutieren wollen, ist natürlich auch ganz entscheidend zu verstehen, was gibt es schon und wie ist der aktuelle Stand. Von daher übergebe ich da sehr gerne das Wort jetzt an dich, Monika. Ja, der geht. Ja, vielen Dank. Es ist ganz oft gewesen, dass wir gefragt worden sind, ja, wie setzen wir denn diese Dinge um? Genau das, was Helge gerade gesagt hat. Und mein Motto ist, einfach anfangen. Und das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Viele Leute denken, wir brauchen erstmal ein Riesenkonzept und wir müssen mal alles durchgeplant haben, bevor wir irgendwas tun können. Aber man kann einfach mal anfangen. Es gibt so viele Elemente, die man machen kann mit Cradle to Cradle. Und ich will einfach nur ein paar Beispiele zeigen und dann das, was jeder, der mich heute auch angesprochen hat und gesagt hat, wie wollen wir jetzt eigentlich unsere Gemeinde, unsere Stadt bewegen, etwas zu tun. Und da gibt es ganz viele Beispiele und das versuche ich jetzt einfach mal ein bisschen runter zu rattern. Wir haben ja ganz konkrete Dinge, die laufen, zum Beispiel in Dortmund, also auch einer Stadt, die nicht besonders reich ist im Ruhrgebiet. Die hat ein konkretes Konzept, Projekt, was eben jetzt gerade in der Umsetzung ist. Da kann man die Dinge dann dazu hinterher nachlesen. Wir haben in den Niederlanden schon seit vielen Jahren den Park 2020. Das ist eben ein Gewerbegebiet, was ganz viele Anforderungen hat, nämlich eben tatsächlich wieder abgebaut werden zu können, die Gebäude, die Materialien wieder zu nutzen, aber eben auch geschlossene Systeme für Wasser und Energie zu haben. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und noch eine Voraussetzung für viele ist eben, wenn man gerade über Gewerbegebiete redet, zum Beispiel auch so eine Vorschrift zu machen. Ja, wir wollen da hinterher mehr Arten haben als vorher. Ganz häufig haben wir ja irgendwelche Gelände, Gebiete oder sonst was, wo wenig Arten sind, wo vielleicht auch intensive Landwirtschaft ist und da eben dann zu sagen, hinterher haben wir dort mehr Arten als vorher. Das Rathaus in Venlo, ein sicher sehr bekanntes Beispiel, weil es eben mit der Gemeinde, mit den Mitarbeitern geplant worden ist und zum Beispiel auch den positiven Effekt hat, dass es preiswerter ist über die Laufzeit als traditionell gebaute Häuser und der Krankheitsstand der Mitarbeiter eben wesentlich geringer ist und die Leute sehr gerne dorthin zur Arbeit gehen. Also die wollen gar nicht unbedingt Homeoffice machen, die wollen da arbeiten. Auch das sind ja Kriterien. Wir reden ja auch immer von den sozialen und den kulturellen Kriterien, die ganz wichtig sind. Es geht ja nicht nur um die Frage, ob man in einem Gebäude krank wird oder ob das Gebäude schön ist, sondern es geht auch darum, dass es eben ja angenehm ist, dort zu arbeiten und dass man sich wohlfühlt. Und da gibt es sehr viele Elemente, wie eben der Pflanzenbewuchs, der auch ganz einfach ist, der das Kleinklima ändert. Das kann man auch in vielen anderen Gebäuden praktisch durchsetzen. Das hat die Gemeinde auch da vorangebracht. Wir haben Straubenhardt, das haben wir eben gesehen, da brauche ich jetzt nicht darauf eingehen. Wir haben in Hamburg auf der Bauausstellung zum Beispiel diesen Woodcube gehabt, wieder eine Besonderheit, aus reinem Holz gebaut und nur die Auflage war damals noch die Bauauflage, dass man den Innenkern aus Beton machen muss. Sie haben aber gezeigt, dass das Holz viel feuerbeständiger ist als eben Beton. Das glaubt keiner, aber de facto bewiesen. Und deswegen wird jetzt auch und kann auch mehrstöckig in Holz gebaut werden. Und das ist natürlich auch ein wunderbares Material, wenn man es nicht mit den falschen Farben behandelt. Und da bin ich sehr froh, dass ja inzwischen sehr viele Dinge entwickelt worden sind im Cradle-to-Cradle-Bereich, die auch im Farbenbereich sind. Wir haben ja die Huber Group hier und wir haben viele andere, die sich inzwischen auch mit dem Healthy Printing beschäftigt haben, die das umgesetzt haben. Das kann man da eben auch angucken und sehen. Und das Raumklima ist einfach toll. Also wir haben da schon öfter getagt. Das ist wunderbar. Ja, das wurde gestern im Film gezeigt, die es nicht mitbekommen haben, das Cradle-to-Cradle-Lab. Ein Altbau, Plattenbau, der eben saniert worden ist nach Cradle-to-Cradle. Und auch das ist gut anzugucken, wenn man reinkommt und die Luftqualität einfach mitbekommt. Auch das ist sicherlich immer ein Kriterium. Und da ist das Beispiel wirklich schön, was man angucken kann und reproduzieren kann. Und das im kommunalen Wohnungsbau. Und man sieht, es geht. Hier haben wir zum Beispiel die RAG, Hauptverwaltung in Essen auf der Zeche Zollverein. Wir haben hier Pflanzengärten in China. Wir haben das alte Fortgelände, was wirklich eine Altlast war, was renaturiert worden ist, wo man heute wieder frisches Wasser hat, wo man viele Arten hat. Und wir haben zum Beispiel einen Kindergarten in Schweden. Aber da kannst du, Laura, bestimmt auch noch was zu sagen. Nur mal zu zeigen, es geht, es wird gemacht und es funktioniert. Es gibt, da war ja Bielefeld, war ja eben schon erwähnt, die haben ein Cradle-to-Cradle-Projekt mit der Europäischen Union gemacht, einen Handlungsleitfaden für Unternehmen gemacht. Da kann man ganz viel nachlesen, wie man das einfach ganz praktisch angeht. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Kann man sich im Internet runterladen, ist offen verfügbar. Also Handlungsanweisungen gibt es. Was sind die wichtigen Faktoren für eine Kommune? Also für mich ist das Wichtigste, der Kopf muss dahinterstehen. Das heißt, der Bürgermeister, der Oberbürgermeister, die Oberbürgermeisterin müssen dahinterstehen und natürlich den Stadtrat gewinnen. Und das ist eigentlich das Besondere, Helge, bei dir. Du hast ja 100 Prozent des Stadtrats für dieses Konzept gewonnen. Ich glaube, das ist die große Leistung. Er sollte dafür nochmal einen großen Applaus bekommen. Und wichtig, jetzt habe ich hier zu viel gedrückt, wichtig ist eben, dass alle, dass man sagt, wir wollen eben Cradle-to-Cradle-Gemeinde, Stadt oder sonst etwas werden und alle Entscheidungen daraufhin ausgerichtet werden. Und das geht. Es klappt nicht immer alles gleich hundertprozentig und man hat nicht für alles die richtigen Materialien. Und es ist vielleicht auch mal eine Sache, die zurückgestellt werden muss. Und vielleicht muss man auch irgendwo nochmal was konventionell machen. Aber wenn man es schon mal mit im Denken hat, wenn man seine Mitarbeiter da geschult hat, dann funktioniert das und man kann es prima umsetzen. Man muss es in der Wirtschaftsförderung umsetzen und man muss natürlich alle Mitarbeiter schulen. Und ich kann berichten, auch das geht. Ich habe jetzt acht Jahre für ein Unternehmen gearbeitet, habe da auch angefangen, habe gesagt, wir wollen alles Cradle-to-Cradle machen. Indem wir die Mitarbeiter geschult haben, die denken jetzt alle selber so und denken dann, wenn sie sozusagen Vorschläge machen, was sie jetzt anschaffen wollen, selber in den Kategorien. Und das ist ganz entscheidend, dass man einfach dieses Denken ändert. Und deswegen, Tim sagt das ja immer, Cradle-to-Cradle-Verein arbeitet für die neue Denkschule. Das ist der Punkt. Der Kopf muss sich erst ändern. Und wenn man anders denkt, dann kann man es umsetzen und kann es sofort in die Tat umsetzen. Das ist gar nicht so schwierig. Man muss es nur tun. Einfach anfangen. Und die Begeisterung bei den Bürgern ist natürlich auch wichtig, wenn die es erst verstehen, was wir da tun, dass wir was für die Gesundheit der Menschen tun, dass wir was für die Artenvielfalt tun, dass wir für das Klima etwas tun. Ja, weil die Cradle-to-Cradle-Prinzipien ja heißen, Artenvielfalt, erneuerbare Energien und dass es keinen Abfall mehr gibt, sondern alles Nährstoff ist. Wenn man dieses System erst mal verstanden hat, dann ist doch eigentlich die Ableitung für die Entscheidung auch ganz klar. Und dann wird es alles selbstverständlich. Und das wollen wir ja, dass die Dinge selbstverständlich werden. Also kommunale Bauvorhaben dann darauf auszurichten. Zum Beispiel schon mal beim Kindergarten anzufangen. Für unsere Kinder ist doch wichtig, dass sie in einem gesunden Gebäude sind. Und damit anzufangen ist doch eigentlich ganz einfach. Und das kriegt man auch hin, ohne dass das dann unheimlich viel mehr kostet. Überhaupt die öffentlichen Räume so zu gestalten, die öffentliche Beschaffung. Beschaffung ist ein Riesenthema. Wir haben 300 bis 450 Milliarden an öffentlicher Beschaffung in Deutschland. Was wir damit alleine an Änderungen erreichen können, an Bewegungen und an Produkten, die einfach sozusagen dann auch skaliert werden können. Auch das ein ganz wichtiger Punkt. Und dann natürlich auch die Vorschriften vor Ort. Ich zeige gleich ein paar Beispiele. Wenn man hier sieht, Bauabfall ist heute noch ein Riesenthema. 50 Prozent unserer Abfälle sind eben Bauabfall. Wenn man eben anders baut, wie zum Beispiel mit mörtellosen Klicksteinen, dann ist das auch schon eine Möglichkeit, hinterher das wieder zurückzubauen. Wenn man saniert, das ist zum Beispiel eines meiner Schreckensbilder, wo eine Isolierung von der Wand genommen worden ist und alles voll Schimmel war. Also Isolierungen zu nehmen, die gesund sind, die dämmen, ohne dass man eben dort alles abtötet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn die Innenraumluft ist heute das Hauptthema. Ist belastender teilweise als die Außenraumluft. Und da müssen wir dafür sorgen, dass die Innenraumluft wirklich gut ist. Oder wenn man eben Stadtentwicklungen macht, dass man nicht nur solche Viertel macht, wo gar kein Grün mehr zu sehen ist, sondern gleich die erneuerbaren Energien mit einplant. Es gibt Gemeinden, die machen das. Die haben dann in ihren neuen Baugebieten erneuerbare Energien gleich mit drin. Oder eben auch so etwas. In vielen Bauordnungen der Länder gibt es die Vorschrift, dass nicht die ganze Fläche zubetoniert werden darf in Steinwüsten. Allerdings sehen wir immer mehr Steinwüsten, weil die Leute sagen, ich brauche einen bequemen Garten. Ja, ich habe keine Zeit, mich darum zu kümmern. Es gibt die Vorschrift, das nicht zu machen. Es muss kontrolliert werden natürlich von der Stadt und es gibt so viele schöne Alternativen, wenn man alleine sieht, dass man dort eben bunte Blumen haben kann oder eben dann auch Sträucher, die vielleicht ein bisschen pflegeleichter sind. Und wenn man dann eben doch nicht einen Garten haben möchte, vielleicht sich doch lieber für die Wohnung entscheidet. Aber diese Steingärten sind natürlich eine Katastrophe, sowohl für das Klima als auch eben für die Grundwasserversicherung, als auch ja eigentlich für die Artenvielfalt auch eine Katastrophe. Ja, und es gibt eben in der Beschaffung alles viele Dinge, die man heute schon machen kann. Man kann eben Papier und Druckfarben und ja Büromaterialien nehmen. Und das Wichtigste ist, als erstes die Laserdrucker rausschmeißen. Das kann jeder von Ihnen zu Hause in seinem Betrieb überall sofort machen. Ganz, ganz wichtig, weil es gibt so viele Leute, die krank werden durch Laserdrucker. Und auch das ist eine einfache Maßnahme, die auch nicht mehr kostet, wenn man das andere tut, wenn man was anderes nimmt. Und dann natürlich auch mit Anbietern verhandeln über Dienstleistungen. Ja, warum sollen wir eigentlich neue Lampen kaufen? Warum sollen wir nicht nur die Dienstleistungen Licht kaufen? Dann kümmert sich der Hersteller wie Philips zum Beispiel um die Frage, ob ich immer gutes Licht habe. Oder eben auch die Stühle, die eben nur für zehn Jahre von einigen Firmen, Cradle-to-Cradle-Firmen, auch angeboten werden als Dienstleistung. Und dann gibt man sie zurück. Das hilft natürlich auch dem Haushalt. Es gibt Low-Hanging-Fruits, was man einfach sofort machen kann. Hier unten zum Beispiel so eine kleine Solarbank, wo man in der Stadt sitzen kann und dann da sein Handy aufladen kann. Oder die Haltestelle, die begrünt ist, die einfach dann ein kleines, anderes Kleinklima bietet. Oder eben auch das Trinkwasser, was eben aus dem Hahn kommt. Viele Städte machen jetzt Kampagnen wieder, Wasser aus dem Hahn zu nehmen. Auch das ist eine ganz wichtige Geschichte. Ja, dass wir diese ganzen Plastikflaschen einfach nicht mehr irgendwo rumliegen haben und dass wir eine Kampagne machen für das bestkontrollierte Lebensmittel, nämlich das Trinkwasser. Und das muss man sozusagen offensiv als Stadt fördern und natürlich in der Stadt auch vorleben. Oder natürlich auch öffentlichen Raum für zum Beispiel Urban Gardening nutzbar zu machen oder offen zu legen, wie hier die Prinzessinnengärten in Berlin. Ja, also Qualität, Innovation und Schönheit hat nichts mit Preis zu tun. Das kann man machen. Wie Ursula Sladek sagt, schön, gute Ideen gibt es keine Grenzen und kosten auch nicht viel Geld. Das kann jeder machen und das müssen wir auch vorhin kriegen. Und ich hoffe sehr, dass wir gemeinsam daran arbeiten, dass es viele Nachahmer gibt und dass jeder einfach anfangen kann. Danke. Ja, vielen Dank, Monika, für diese Einordnung. Gleich in der Diskussion gehen wir noch weiter an die Tiefe. Jetzt würde ich das Wort gerne übergeben an Laura und wir freuen uns, ein bisschen mehr davon zu hören, was du als Berlinerin aber seit über zehn Jahren in Späden da unternommen hast und vor allen Dingen auch im Gemeindebereich. Stichwort Ümeo und da hören wir jetzt mehr von dir. Bitte sehr. Dankeschön. Ja, ich freue mich echt super, hier mal in Berlin zu sein auf dem Event und auch so unheimlich viele engagierte Leute zu treffen, weil Schweden ist ein bisschen kleiner. Da hat man aber kleinere Events. Von daher ist es echt toll, hier zu sein. Und wie gesagt, ich habe meinen Master in Schweden gemacht, kenne meinen Mann daher. Von daher bin ich vor zehn Jahren da hingezogen und habe sozusagen vor sieben Jahren angefangen in Ronneby, in der Gemeinde, die auch von Cradle to Cradle inspiriert wurde. Die haben 2011 schon angefangen. Damit hatten eine breite politische Unterstützung, haben Studienreisen gemacht nach Park 2020 in die Niederlande nach Wijnloh, haben sich das angeguckt und haben gesagt, okay, wir wollen das auch machen. Wir wollen Ronneby zur schwedischen Cradle to Cradle Kommune kreieren. Und ein Teil von der Arbeit, bei dem ich 2013 dann angefangen habe, war dieser Showroom, den ihr hier im Hintergrund seht. Das war so einer, der auch inspiriert war von Wijnloh, wo man das schon gezeigt hat beim CTC Expo Lab. Und da hatten wir zum Beispiel, weil wir Tarkett auch in der Gegend haben als Hersteller, Tarkettböden dabei. Wir hatten Steelcase dabei. Wir haben ganz viele verschiedene Produkte gezeigt. Und das war wirklich ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit, um halt wirklich die Mitbürger abzuholen und denen auch zu erklären, was ist Cradle to Cradle, wie können wir denken und wie können wir das in unsere kleine Kommune von 27.000 Einwohnern dann umsetzen. Und das natürlich auch für die Wirtschaft und die Firmen. Und intern hat man natürlich auch innerhalb der Gemeinde noch weitergearbeitet. Aber man kann dazu sagen, dass wir ein Team waren von drei Leuten. Das ist nicht unbedingt viel. Wir haben aber dann noch Leute gehabt, die zum Beispiel beim Bauamt auch ganz interessiert waren. Wir haben zusammen Studienreisen gemacht. Wir haben uns zusammen gelernt, mit EPEA Hilfe bekommen, um das umzusetzen. Und haben dann zum Beispiel auch geschafft, den gesündesten Kindergarten in Schweden zu bauen. Was ich ganz krass finde, weil seit 2014 ist der im Gange und es hat immer noch keiner uns herausgefordert und gesagt, wir haben einen gesünderen Kindergarten. Man hat halt nur gesagt, wir bauen Low-Tox-Kindergärten in anderen Gemeinden, was natürlich ein bisschen schade ist. Weil, wie ihr das von dem Bild gesehen habt, da gab es einen Haufen Schimmel. In Schweden ist das Problem auch in den 70er-Jahren. Sie haben überall die gleichen Plattenbauten hingebaut. Und jede Gemeinde hat eigentlich dieses Problem. Und da haben sie erst gedacht, okay, renovieren wir oder reißen wir es jetzt ab und machen was richtig Gutes. Und dann haben sie gesagt, wir machen was richtig Gutes. Wir wollen nicht, dass unser Personal, dass unsere Kinder krank werden von den Baumaterialien. Und das hat man wirklich gut umgesetzt. Und man hat extrem viel mit den Leuten gearbeitet, mit dem Personal, sogar mit den Kindern, mit den Nachbarn und hat aufgeschrieben, was wollt ihr, was wollt ihr in der Vielfalt, was wollt ihr sehen. Und hat das dann wirklich auch durchgesetzt, was relativ schwierig war zu der Zeit, weil es ist jetzt nicht unbedingt so, dass man überall die Baumaterialien findet, die man haben will. Und dann muss man ja auch gucken, weil das Finanzierungsbudget zum Beispiel, das lag ja beim Bauamt sozusagen, bei der Bauabteilung. Und dann die Einrichtung, die liegt aber dann wieder bei der Ausbildungsbehörde. Und dann hat man ja auch noch Putzen dabei und man hat Essen dabei und so weiter. Von daher haben wir extrem viel Ausbildung gemacht mit all den Leuten, die da sozusagen involviert sind. Was auch super war, weil man hat wirklich gemerkt, wie die komplette Gemeinde dahinter stand. Und danach hat man sich auch da weiter gelernt und hat die Schule sozusagen, die gegenüber war, umgebaut, nach Cradle to Cradle inspiriert und hat auch den nächsten Kindergarten gebaut und da wirklich das richtige System aufgebaut. Gerade beim Bauen hat man halt wirklich viel machen können. Und da hat die Gemeinde auch eine Strategie angenommen, wie sie nach Cradle to Cradle bauen wollen. Wir haben alles übersetzt. Wir haben auch Kinderbücher übersetzt vom Niederländischen und Englischen, von DSM haben wir das auf Schwedisch übersetzt. Wir hatten Schulklassen zu Besuch in dem Showroom, aber auch Leute aus Japan oder also alles Mögliche dazwischendurch und haben extrem viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht und waren bei Kongressen und bei Firmen, bei Stadtfesten und so weiter. Und das Interessante ist halt auch, wir hatten ganz viele Architekten da, um ein Stadtentwicklungsprojekt auch zu machen, wo es um verseuchte Böden ging. Steven Beckers, der heute ja auch vorgelesen hat, der war da auch als Workshop-Leiter mit dabei. Und da haben wir wirklich so international auch die Aufmerksamkeit bekommen und Leute aus Dänemark, aus Deutschland, aus den Niederländern dorthin bekommen. Ganz tolle Architekten. Und das ist immer noch im Prozess sozusagen, wie man dann weiter die Stadtentwicklung da ausbaut. Und das Interessante war auch, dass die Gemeinde zum Beispiel auch so einen C2C-Verein unterstützt hat und der heißt CradleNet. Und CradleNet ist auch ein Teil, der schon 2009 gestartet wurde in Stockholm von einigen Engagierten, die das Buch gelesen hatten. Und da wurde ich dann quasi, als ich bei Ronneby aufgehört habe und in den Norden gezogen bin, gefragt, ob ich dann die nördliche Stelle aufbauen will. Und da kann ich dann nochmal hier bei dem Bild zeigen, davor, wups, 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 falsche Richtung. Könnt ihr nochmal das zurückholen? Der untere. Ah, der hier. Ah, super. So, jetzt nochmal die Karte hier, damit ihr wisst, wo wir sind. Berlin ist weit weg. Der mittlere. Genau. Da haben wir irgendwo Berlin. Und ihr seht da oben der rote Punkt. Das ist Ümeo. Das ist nochmal sechs Stunden Zugfahrt von Stockholm an der nördlichen Polargrenze schon fast. 130.000 Einwohner, eine riesen Universität, eine super Designhochschule. Viel Bewusstsein, Umweltbewusstsein gibt es dort schon in der Gemeinde. Und da arbeite ich jetzt quasi als Beraterin bei einer Firma. Wir sind eine Kooperative, die eine Aktiengesellschaft auch zusammen hat. Und wir bestimmen sozusagen, wir sind 20 Leute, die seit 30 Jahren quasi mit Nachhaltigkeit arbeiten. Ich noch nicht, aber dann seit fünf Jahren dort. Und wir versuchen das halt auch auf verschiedene Ebenen zu machen. Und da bin ich sozusagen engagiert gewesen, gemeinnützlich, um CradleNet aufzubauen. Und das haben wir natürlich ganz gut hinbekommen auch. War ein bisschen schwer am Anfang, kann man sagen. Auf den ersten Meetings kamen so drei, vier Leute. Und dann hatten wir aber auch einen Beirat, wo wir den Vorstand vom Club of Rome dabei hatten, Anders Wiegmann, der zusammen mit Ernst-Uli von Weizsäcker zu der Zeit im Vorstand war. Und der kam dann nach Ümeo, hat ein Event gemacht. Wir hatten 100 Leute da und da haben wir wirklich Wirtschaft und alle möglichen zusammengebracht. Und von da ging das dann ein bisschen besser. Und wir haben eine Kerngruppe gehabt von 15, 20 Leuten aus der Universität, Pensionäre, Wirtschaft, kleine, mittel- und ständische Unternehmen und auch von der Gemeinde, die zusammen Cradle to Cradle gelernt haben bei verschiedenen Meetings. Hier zum Beispiel sieht man, wir haben einen Urban Mining Workshop gemacht nach Fairphone. Wir haben auch verschiedene Studienbesuche vor Ort gemacht. Und da haben wir sozusagen auch aufgebaut eine Regionalgruppe. Und es gibt nur drei Regionalgruppen außerhalb von Stockholm. Und das Lustigste war, dass sich wirklich Leute angemeldet haben zu unseren Meetings, die aber in Stockholm wohnen. Was dann natürlich ein Problem war, ist weg Stunden entfernt. Aber wir haben halt extrem viel sozusagen gemacht, was man woanders nicht gesehen hat. Und jetzt ist CradleNet, kann man auch sagen, auf der nationalen Ebene Ratgeber für die nationale Delegation für Kreislaufwirtschaft in Schweden. Und man macht halt auch sehr viel Meinungsbildung, aber eben auf dem politischen Bereich. Und da ist jetzt auch sozusagen der Nordic Circular Hotspot im Gange, von dem wir auch von Holland viel gelernt haben, kann man sagen. Und sozusagen, was Umeo jetzt noch macht, man kann sagen, dass sie vor fünf Jahren das erste Event hatten zur Kreislaufwirtschaft. Und wir haben dort angefangen, eine Vorstudie zu machen, um der Gemeinde zu zeigen, wie kann man die Kreislaufwirtschaft umsetzen. Haben ganz viele Workshops gehabt. Und dabei kam raus, dass man erst mal alle ausbilden muss. Und ein Teil der Ausbildung war auch, dass wir Studienreisen gemacht haben, hier nach Dänemark, wie man sieht. Wir waren bei Beyond Coffee, die aus Kaffee Resten sozusagen Austernpilze machen und das in Kopenhagen extrem skaliert haben auch. Die haben wir drei Jahre hintereinander besucht und hatten dabei den Wirtschaftsboss mit dabei, den Innovationsboss mit dabei, die Nachhaltigkeit, also alle möglichen Leute, damit sie wirklich sich vernetzen und auch von Dänemark lernen. Und dann auch das sozusagen mit nach Hause nehmen. Und jetzt kann man sagen, dass wir von der OECD mit dabei sind. Die haben ein Projekt, was sich nennt Circular Cities and Regions. Und das haben wir letztes Jahr mitgemacht, wo die OECD wirklich sich vier Fallstudien anguckt und dann 32 andere Städte noch mit dabei hatte, um zu sehen, was passiert in den Gemeinden, wo sind die Hürden, wo sind die Möglichkeiten. Und was ganz interessant war, war so, als die hier waren, eine Woche bei uns und haben alles angeguckt, haben 11 Stakeholder-Meetings gehabt und haben dann danach gefragt, wo ist eigentlich euer Problem? Weil halt alles wirklich relativ gut ist. Also es läuft relativ gut mit der Nachhaltigkeit. Es gibt Bewusstsein und so weiter. Es ist halt nicht so einfach wie in Gröning, wo halt die Energiefrage extrem ist, weil man Kohle oder Gas oder so hat. Aber in Schweden kann man sagen, es ist ein sehr rohstoffreiches Land. Es gibt ein Bewusstsein, aber wir haben extrem viel zu arbeiten mit den kulturellen Hürden. Und das haben Sie auch gemerkt, dass die kulturellen Hürden halt die größten sind und dann vielleicht die finanziellen und die regulären. Aber technische Hürden gibt es an sich nicht großartig weiter. Ja, ich würde es erst mal da belassen. Vielen Dank, Laura, für diese Eindrücke aus Schweden. Ich denke, dass wir auf das Kulturthema auch gleich nochmal zurückkommen. Und bevor wir gemeinsam diskutieren, freue ich mich, André, dass du zu uns gekommen bist von der UN und auch du hast uns ein paar Folien mitgebracht. Und ich übergebe sehr gerne das Wort an André Gikos von UN Habitat. Okay, well, thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. Apologies that I am not speaking in German. As you have heard, my name is André Gikos. I am from the United Nations Human Settlements Programme. And many of you in the world will have not heard about this agency, because it is one of the best kept secrets, actually. And so we are an agency which is mandated by the General Assembly to work on cities and human settlements. And with a specific focus, actually, on the urban poor. And why you haven't heard of us is because our headquarters is not in New York, it's not in Vienna, it's not in Geneva, it is in Nairobi, in Kenya. So I've been with the UN for the last 30 years, working for UN Habitat, starting off my career in Kenya, moving to different places. By background and training, I'm an urban regional planner. And then I went into tropical hygiene and tropical epidemiology, looking at the distribution of diseases in urban areas. Today's theme is on local authorities, cities, communes. And we were very happy that C2C could come and join us at the World Habitat Day, which was the world celebration in Mexico City in October last year, where the event was on waste-wise cities. And I think your contribution was really very much appreciated at this event. Our executive director, Maimouna Mohamed Sharif, she's very passionate. She's actually the former mayor of Penang in Malaysia. She's very passionate about circular economy, about waste management in cities. So as today's session is on local authorities and communes, I would like to focus you a little bit on a megatrend. Megatrends currently in the 21st century are climate, the climate emergency, issues of frontier technologies, how do we deal with artificial intelligence, internet of things, and these kind of challenges. But one of these five megatrends is actually the megatrend of urbanization. The 21st century of our world is really experiencing an exponential growth of urbanization, and this is having a resounding impact on our world. It's the changing of how we interact as human beings in urban areas. We're interconnected much more. It's the changing of our thinking from a rural thinking structure to an urban dynamic thinking structure. So it's quite an interesting process happening. About 250 years ago, only 2% of the world's population were living in urban areas. Today, we have 55% of the world's population living in urban areas. That's more than 4 billion people. In the next 30 years, this is going to grow to 2.5 by 2.5 billion people to nearly 6.5 billion people living in cities. So those of you who are in the room, who are 30 years of age, you will be 60 years of age. If you catapult yourselves into that time and look at the city, how will the city look like? I think you have the opportunities of really designing and questioning how you would like the city to look like at that time. But most of the cities, you'll be seeing at that time, have actually not been built. So you actually have a great opportunity with C2C to reach out to these cities and engage with them to apply the C2C principles in the cities which are going to be built in the future. And the growth, which is going to happen fastest in the world in terms of urbanization, is actually going to happen in Africa and in Asia. So the challenge I would like to put to you as C2C experts is, please try and engage with those rapidly growing areas on how to apply the principles of C2C in the cities which are going to be built in the future. Just to give you an example, in the next five years, it's estimated that one billion housing units will have to be built to house the people in the world. Can you imagine having the C2C principles going into one billion buildings? You can do it if you have a strategic approach and internationalize this approach. Similarly, the consumption for energy over the next 10 years is going to go up by 80%. Again, engaging with the cities on C2C principles, enhancing energy efficiency in the cities, renewable energies in the cities, how to do the energy transition. Water is another area. 55% consumption is going to increase. Transport. Currently, we have about one billion cars in the world. This is going to go up to 2.2 billion in the next 10 years. If we continue with that in our cities, they'll be clogged up. Already, IBM has developed a commuter pain index, which measures the pain of commuting in a city. And a lot of the cities have got a very high commuter pain index. So again, the C2C principles for transport are extremely important. How can we get people to get into a modal shift that we avoid having to travel, that we move more to public transport, non-motorized transport, and then, of course, also have new alternative propulsion systems of where we can't avoid the transports. So these are some of the things I would like to mention in terms of a megatrend. And here you see the graph showing the rapid urban growth. And also, in cities, our production of waste is going to go up by threefold. So this is something which we have to preempt, which we have to prepare for, and we have to plan for. So that's why I feel the megatrend of urbanization is something which needs urgent attention. And I'm very happy that you're really addressing these issues of local authorities within the C2C Congress. It's really very, very timely. And we'd like to see more of this. Congratulations. This slide is, you've seen all these nice pictures of nice cities, good examples. This is the Nairobi Dandora dump site. There are two messages I would like to bring out of this picture. On the one hand, we have to also, as we address circular economy and C2C, we have to address the basics. In the world, there are still two billion people without access to municipal solid waste collection systems, meaning what is being produced goes directly into the environment, polluting the environment. Three billion people don't have access to a controlled waste management system. So these are basics we have to get right. And in the solid waste management sector, with the business-as-usual approach, eight to ten percent of the global anthropogenic greenhouse gases will be coming from waste management. So it's an issue of urgent attention, and it's a great contribution C2C can make towards this. But this picture is not just all despair. You see birds there, which forage on the dump site, but if you come to Nairobi in the national park, you'll actually see them in the national park. So there's a link to nature. You see people doing waste management. What we really have to do is to put people into the center of C2C and people into what we're doing, so we can give people a dignified approach as they reclaim resources. And, of course, there are enormous resources in this dump site which can be done. So I see this as a positive message of what we can do in improving. As urbanization goes on, we also use more and more land. I'm giving you an example here of Atlanta and Barcelona. Both cities practically have got the same population of about 5.2 million inhabitants. On the left-hand side, you see Atlanta. On the right-hand side, you see Barcelona. You can see that one city is consuming 10 times more space to house its population. It's also emitting 10 times more CO2 than the other city. So there's a lot we can do in how we plan and design our cities. So something, I think, C2C can also contribute a lot in terms of use of land in urban areas. There are two international mechanisms I feel C2C should engage with, or actually three or four. One is the Sustainable Development Goals. And how does C2C contribute to Goal 12, for instance, on changing consumption and production patterns, on Goal 11, which is on sustainable and resilient human settlements, Goal 6 on water, Goal 7 on energy, just to mention some of them. The second document is something like an outcome of the Habitat III process, which reflects something, I don't know those of you who know the Charter of Athens, of Le Corbusier. This is something like an internationally adopted charter or a model of a 21st century city, which was adopted at the Habitat III conference in 2015 in Quito, in Ecuador. And in principle, this was a consensus document by member states advising that in our cities, we have to increase connectivity, we have to enhance compactness, we have to increase density within cities, we need transit systems which include and connect to walking and cycling, we need a modal shift, and we also need mixed use. We have to move away from zoning our cities where we have a business area here and a recreation area there, and we have a living area there. We have to mix them. And with this kind of model, we can actually get to the model of the city which we've seen in Barcelona, which is a much more compact city with a high level of quality of life. It doesn't mean if you live in Barcelona, you don't have much public space. You've got a high quality, you've got a lot of public space you can actually use in the city. In closing, I would like to give you an example and remind us of migration. There are nearly 71 million people who are migrants. A lot of these people in the world community is spending enormous amounts of money to provide shelter for migrants. And what we see, migrants are housed in areas like here in Iraq, which are flooded, in shelters which are not very durable, tents, which are then destroyed and built up again, and it's quite expensive. So what we are actually propagating at UN Habitat is a durable solution for settlements of refugees. So these settlements are designed similar to a human settlement, to a city, and that they also have durable building materials which are healthy for the occupants to live in. So I believe C2C has a very, very important contribution to make towards providing, for instance, these building materials and the housing solutions in the humanitarian sector. Last but not least, I'd really like to appeal and mention that we've heard a lot about what we're doing with our heads and our hands as we try and promote circular economy. The third element which we really have to bring in to really make this sustainable is our hearts. It's our human values, where we connect from one human to the other. And with this solidarity, we can actually improve the living conditions in our cities. Thank you very much for your attention. Thank you. Danke, André, dafür, dass du auch nochmal den Blick auf einige der spezifischen SDGs gelegt hast und gerade auch das Thema nochmal im Bau, finde ich abschließend genau diese Fragestellung haltbar. Auf der einen Seite langlebig, kreislauffähig und gesund, das sind ganz wichtige Dinge. Ich möchte nochmal zurückkommen zu dir, Helge. Jetzt haben wir sozusagen mit dir begonnen mit der Frage, eine 11.000-Menschen-Gemeinde-Straubenhardt und haben jetzt sozusagen die globale Perspektive am Ende gehört und haben damit nochmal eine ganz starke Klammer. Wir haben gehört, du hast es auf dieser lokalen Ebene geschafft, den Gemeinderat zu überzeugen, und zwar zu 100%. Da hast du gerade so ein bisschen gelächelt. Warum hast du gelächelt? Wie ging das los und ging das über Nacht oder war es womöglich schwieriger als gedacht? Also erstens mal lächle ich, weil ich ein fröhlicher Mensch bin. Gute Antwort. Aber unabhängig davon mit dem 100%, manchmal gibt es auch glückliche Fügungen. Derjenige weiß das aber. Wir haben einen ziemlichen Kritiker im Gemeinderat und der war an dem Tag nicht da. Und dann haben wir an diesem Tag diesen Beschluss gefasst. Das war natürlich auch ein Zufall. Ja, es war tatsächlich ein Zufall, aber was ich sagen will, ich glaube, wir sollten uns gar nicht so viel mit den Skeptikern aufhalten und mit dem, was vielleicht beklagenswert ist, sondern wir sollten jeden Tag einfach sagen, wir machen es jetzt anders. Und zwar nicht morgen, nicht übermorgen, sondern jetzt. Und ich bin in ganz vielen Dingen auch völlig ahnungslos, aber es wird einfach versucht. Und ich wollte das nochmal mit den 100% sagen, was ich da ganz wichtig finde. Und das kam gerade nochmal auch dieses Thema des Herzens. Ich glaube, es kommt überhaupt nicht darauf an, ob jetzt ein Bürgermeister 100% hinter sich hat, sondern es kommt darauf an, wie wir miteinander Gemeinsamkeit schaffen. Und ich kann nur sagen, wir haben einen Gemeinderat, der diese Gemeinsamkeit mitträgt. Und was mache ich, ohne ein Gremium, das bereit ist, Ideen mitzutragen. Und dann kommt es nicht darauf ein, dass einer sagt, ich habe 100% geschafft, sondern dass wir miteinander die Idee sehen. Und ich glaube, es geht eher um den Inhalt als um Einzelne. Und es sind zum Beispiel jetzt auf diesem Kongress auch zwei Gemeinderäte mitgefahren, die auch, wir haben ja aus jeder Fraktion zwei Vertreter, die sich dieses Themas annehmen. C2C, die sind heute mit dabei und ein Bürgermeister kann ganz schnell einpacken, wenn er nicht die Leute dabei hat, die mit dahinter stehen. Und ich glaube, da muss uns einfach die Idee und die Gemeinsamkeit im Vordergrund stehen. Und was ich noch unbedingt sagen muss an der Stelle, ist, dass wir als zweiten Schritt jetzt genau diese Beschaffungsebene angehen wollen, dass wir eben Rechtfertigung brauchen, wenn wir es nicht so tun. Warum geht es denn nicht? Und da muss man nämlich nicht fragen, ach ja, aber, ja, aber wird zum Nein, sondern nein, warum geht es nicht? Und der zweite Schritt wäre, dass wir auch diese Idee stärker in die Bevölkerung tragen. Und das finde ich in Kommunen im ländlichen Raum auch spannend. Bei 11.000 Leuten hat es Auswirkungen, wenn 5 oder 10 oder 100 das in ihr Umfeld tragen, dass sie es verstanden haben oder dass sie es eben auch nicht verstanden haben. Und so toll ich das Lab in Berlin finde, ich finde es wirklich ein prima Ort, bin ich ein Werber dafür, dass wir ein Lab Straubenhardt gründen. Weil wir dann miteinander auch schauen können, mit welchen Firmen, mit welchen Partnern kriegen wir es aufs Land und wo wir eben auf sehr konkreter Ebene den Bürgern zeigen können, dann guckt her, hier hat dieses Produkt von Frosch oder von Steelcase oder von wem auch immer ganz unmittelbare Auswirkungen. Wir haben jetzt ein altes Gebäude gekauft, das würden wir gerne auf der Basis umrüsten. Und ich will da gar nicht perfekt denken, sondern an jedem Punkt, wo wir was verändern können, so einfach machen und um jeden Partner, um jede Initiative bin ich unheimlich dankbar. www.straubenhardt.de, einfach melden. Der perfekte Werbeblock. Super. Soll an der Stelle auch so gesagt sein. Wir haben also verstanden, ihr umarmt die Kritiker einfach so lange, bis sie mit im Boot sind. Gleichzeitig haben wir gerade gehört, dieses Gemeinsame, dieses Zusammenwirken, das braucht es. Laura, du hast gerade darauf hingewiesen. Ihr habt zum Beispiel festgestellt, so eine Art Behördenwirrwahl, so unterschiedliche Verantwortlichkeiten, haben das in eurem Fall zum Beispiel schwieriger gestaltet. Kannst du da vielleicht nochmal was zu sagen? In Ümeo oder in Ronneby? Das musst du mir sagen. Okay, Behördenwirrwahl. Zumindest habe ich mich verhört dabei, oder? Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Ja, also, naja, in Ronneby war das so, würde ich eher sagen, da war es eine Top-Down-Beschluss. Also, die Politiker waren dahinter und haben das dann quasi in die Behördenteile eingebaut. Und da war es natürlich auch wichtig, weil da muss ich zu sagen, dass wir bei dem Center für Forschung und Entwicklung quasi fast extern waren. Also, wir waren externe Berater, aber ein Teil der Wirtschaftsförderung in der Gemeinde. Aber da hat man zum Beispiel auch verpasst, das sozusagen mit der Umweltbehörde weiter zusammenzubringen. Also, das war erstmal schwierig am Anfang. Und dann aber auch das mit dem Bauamt zusammenzubringen und so. Und jetzt in Ümeo ist es eher eine Bottom-Up-Version, weil wir halt durch Cradle.net erstmal das Gespräch dazu gebracht haben. Da hat vorher keiner drüber geredet in der Gegend. Man hat viel Nachhaltigkeit geredet und andere Sachen, aber halt nicht Cradle to Cradle und Kreislaufwirtschaft. Und da ist es ja auch so, dass du erstmal anfangen musst, überall Leute zu überzeugen. Und das musst du wirklich machen in allen verschiedenen Teilen. Und jetzt haben wir Ausbildung gehabt für die Procurement, also für die Einkäufer. Wir haben Ausbildung gehabt für die Wirtschaftsförderung und haben viele Partner mit dabei genommen. Und da ist es auch so, okay, jetzt ist der Bürgermeister so mit dabei. Also, er steht schon dafür, aber der ist jetzt nicht die treibende Kraft, sondern die treibende Kraft sind alle Leute, die dahinterstehen, die schon überzeugt sind. Und das dauert Zeit, ehe man die alle mit im Boot hat. Jetzt haben wir also gehört, ein Bürgermeister von einer 11.000-Menschen-Gemeinde und ihr habt mit diesen Bürgermeistern dort in Schweden gesprochen. Monika, du möchtest Bürgermeisterin jetzt werden in einer Stadt, in einer anderen Größe. Ich glaube, Mülheim ist unter den 50 großen Städten in Deutschland. Was hast du über die letzten Wochen in Mülheim erlebt? Wie kommen diese Gedanken dort an? Denn wenn ich richtig informiert bin, geht es ja eben auch um das Zusammenbringen von ökologischen, sozialen, wirtschaftlichen Aspekten, die du auch jetzt im Wahlkampf sozusagen dort diskutierst. Also, was ist da dein Eindruck? Ich glaube, es ist richtig, was sowohl Helga als auch Laura sagen, dass wir viel Gespräche führen müssen, viel aufklären müssen. Und was wir uns vorgenommen haben, ist jetzt in allen Gesprächen, die wir jetzt bis zum Sommer führen, die Dinge einzubringen, auch in kleineren Gruppen, also sei es nun Umweltverbände, Initiativen, aber auch Gewerbe und auch der Wirtschaft und der Verwaltung, diese Ideen erstmal reinzubringen, dass man es auch anders machen kann. Also genau das, was Helga gemacht hat. Wir haben es schon in einigen Ratsmitgliedern sozusagen implantiert, aber es dauert einfach die Zeit und wir werden sicherlich einfach die Beispiele nutzen, die es überall gibt und die auch in der Umgebung sind. Venlo ist nicht weit und Dortmund ist nicht weit und Düsseldorf ist nicht weit. Einfach diese Dinge einfach auch voranzutreiben und zu sagen, es geht, man kann es machen und es ist bezahlbar und es ist für die Leute schön, es ist gesünder, weniger Krankheitsstand und über die Jahre, über den Betrieb eben auch preiswerter. Ich glaube auch, das ist ja ein gutes Argument und ja, da arbeiten wir jetzt im Moment dran und ich hoffe, dass wir es schaffen, sozusagen so eine Begeisterung mit uns zu ziehen, dass alle sagen, hinterher, es geht gar nicht anders, wir müssen es genau so machen. Und diese Selbstverständlichkeit möchte ich nochmal den Punkt zu André geben. Wir haben gerade die globale Perspektive von dir beleuchtet bekommen, jetzt haben wir hier Vertreter, die brennt dafür einstehen und ich habe auch in deiner Sprache durchgehört, dass du davon überzeugt wirst, dass wir das schaffen können. Welchen Eindruck hast du von den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest innerhalb der United Nations, von denen ja, wenn wir bei Behörden wir wahr sind, was ich hier vielleicht nicht ganz richtig verstanden hatte, aber wiederum bei der UN ja vielleicht zutrifft, zumindest wird das in der öffentlichen Debatte immer wieder hervorgeholt. Das heißt, ein unheimlich komplexer, weltweit agierender, eine Organisation wie die UN. Wie siehst du das? Welche Chance haben diese Ideen auch in so einem komplizierten und vor allen Dingen multilateralen Umfeld dann in eine Umsetzung zu kommen, die dann von der globalen Ebene wieder lokal runtergeht? Well, thanks. I think there are great opportunities. I think all the two cities and the future city of Mülheim are going to be lighthouses, will be good models for other cities. And I think that's the best thing to do, is to show the way so that others can learn from this. The international community, of course, rallies around four pillars, as I mentioned. It's the Sustainable Development Goals, it's the New Urban Agenda, it's the Climate Action Framework, the Paris Climate Action Framework, and the Sendai Framework, which is on resilience and disaster risk reduction. So C2C also has to, or can contribute to the resilience of cities. I think it's an important element. And as long as you communicate, and as long as you align with those four, I think you'll always have open ears and eyes and hearts of people to listen to you, because everybody's looking for solutions, good and sustainable solutions. And C2C is a very good and sustainable solution to offer for many of these areas. And I think another model to look into, and that is what we're doing as part of our Waste by Cities campaign, it's a cities challenge, where we bring cities together, of those cities, let's say, who have experience in C2C, and other cities who are interested in engaging on C2C, and have a city-to-city partnership, a decentralized partnership to share the experience of Sweden, to share the experience of Straubenhof with another city, let's say in Korea, in Japan, in Mexico, and then to have these networks coming up and have this as a very dynamic initiative. Helge will dazu was sagen. Helge, ganz kurz, denn wir wollen das Publikum einbeziehen und wir sind schon knapp in der Zeit. Ich hatte nur ein ganz kurzes Fazit. Ich glaube auch, um diese Idee miteinander voranzutreiben, habe ich gesagt, hier gibt es so viele Netzwerke und die müssen wir, glaube ich, miteinander, also wir alle miteinander näher zusammenbringen, diese Netzwerke. Da, wo die Ideen und die Menschen damit sind, da müssen die Lösungen ganz nah sein. Und dann können wir es auch überall reintragen. Wunderbar. Wir haben jetzt die Möglichkeit, ich denke, noch zwei Fragen mit dran zu nehmen. Es tut mir leid, dass es wahrscheinlich nicht für mehr reicht. Wir haben zwei Mikrofone im Einsatz. Welche Fragen haben Sie an unser Panel hier vorne? Noch sehe ich keine Hände und dann geht es immer ganz schnell. Da ist die Nummer eins. Und die Nummer zwei hat noch kurz Zeit. Die zwei ist da hinten. Alles klar. Die zwei haben wir. Und beide Mikrofone gehen zu jeweils eins und zwei. Und dann schaffen wir das auch noch. Denn ich sage jetzt schon mal gleich, es ist eine kurze Pause. Damit wir hinten raus nicht noch die Zeit verlieren, sage ich jetzt auch schon, um 16.30 Uhr geht es nämlich hier weiter mit den Keynotes und unserem Abschluss. Jetzt haben wir aber noch zwei Fragen. Frage Nummer eins. Hier vorne. Bitte sehr. Guten Tag. Katrin Vogt. Ich habe zu dem Megatrend eine Frage. Es lässt mich ein bisschen ratlos zurück. Es gab ja auch das Forum vorhin über die Landwirtschaft der Zukunft. Und wenn dieser Megatrend der Urbanization tatsächlich so kommt, wer wirtschaftet dann noch zukunftsfähig auf dem Land? Also weil die Stadtflucht und dass niemand auf dem Land arbeiten will, führt ja auch dazu, zu der Industrialisierung und der Intensivierung der Landwirtschaft. Also Landflucht, Urbanisierung. Herzlichen Dank. Frage eins. Und wir holen uns gleich Frage zwei mit rein. Bitte sehr. Guten Tag. Christoph Felger. Mein Name, ich bin Architekt. Ich habe vielleicht eine eurozentrische Frage. Sie haben jetzt viele Beispiele, auch in dem gestrigen Tag von Holland, einige auch aus Skandinavien genannt. Und offensichtlich, zumindest kommt es bei mir so an, passiert da ganz viel. Und da gibt es irgendwie so eine Art Vorreiterrolle. Woran liegt das? Also warum geht das da so schnell? Sind ja die Menschen offener? Haben es wirtschaftlich vielleicht besser aufgestellt? Und was immer die Gründe sind, wenn das so ist, was können wir davon lernen, um einfach auch in Deutschland, was mir dann doch recht behäbig in vielem vorkommt, und da auch schneller voranzukommen? Vielen Dank. Zwei spannende Fragen. Steigen wir gleich ein. Landflucht gegen Urbanisierung. Wer möchte dazu einsteigen? I think it works. Take it. Take it. Okay. Agriculture and Urbanization. Of course, in terms of Urbanization, what we're trying to do is to ensure that cities don't grow and don't grow into fertile areas. That's a big area. I studied, for instance, in Heidelberg, and where the university in Heidelberg is built, the Neuenheimer Feld, that used to be a very fertile agricultural land, which is now covered, productive in a different way. So what we're trying to do in urban areas is to ensure that the growth is limited and to have rings around the cities which have agricultural production, because we also don't want to be transporting the agricultural goods too far. And then there's a very vibrant movement of urban farming. So you can actually grow things on your hydroponics, aeroponics. You can grow things on your balconies. And some cities in Dubai, for instance, there is actually a vertical farm. It's a ten-story, eight-story building, where the top floors are hydroponics, aeroponics, and the bottom stores are where you're selling the produce directly. So this to have more of agricultural production also within urban areas. Thank you. Vielen Dank. Und die zweite Frage, Vorreiterrolle Europa, Stichwort Niederlande und so weiter. Laura, möchtest du da was sagen? Monika, Felge? Ja, darf ich kurz noch was zur letzten Frage sagen? Ich wollte nur sagen, dass die OECD, OECD auch in ihrer Circular Cities and Regions, da auch das nochmal thematisiert hat. Und das geht in Schweden natürlich auch extrem, weil wir von Umeå sozusagen das ganze Land abziehen von allen Leuten. Aber da geht es auch viel darum, wie machen wir das möglich, dass die Leute auf dem Land leben können und zum Beispiel andere Art von Arbeit haben, aber auch, dass die Landwirtschaft natürlich weiter gefördert wird. Das wird da auch nochmal angesprochen, kann man gucken. Und dann glaube ich auch zur Vorreiterrolle. Ich würde jetzt sagen, Schweden ist vielleicht nicht unbedingt die Übervorreiterrolle, weil Schweden ist halt sehr, also wir haben extrem viele Ressourcen und ich glaube, das Bewusstsein ist teilweise da, aber man macht trotzdem noch viel Business as usual. Es gibt natürlich einzelne Firmen, die das vielleicht anders machen und einzelne Gemeinden, aber im großen Reihen ist das noch nicht so weit. Aber ich glaube gerade in Dänemark und Niederlanden, wo wir schon seit 2007 quasi die Entwicklung gesehen haben, haben, die haben halt nicht sehr viele Ressourcen und die haben halt wesentlich mehr Leute, als wir in zum Beispiel Schweden oder Norwegen haben. Aber man sieht auch, dass die nordischen Länder sich vernetzen. Die lernen gerne voneinander, die tauschen gerne ihre Erfahrungen aus und die sind auch gerne im Wettbewerb. Von daher ist jetzt Finnland gerade so der Vorreiter und da orientiert sich Schweden auch gerade daran. Noch einmal die Kommentierung von Helge und Abschlusswort für Monika, wenn ich einmal das so... Gerade Holland war nochmal im Gespräch. Wir waren mit unserem Gemeinderat in Venlo und ich habe mich dort mit Michel Weyers zum Beispiel, der es dort hauptsächlich verantwortet hat, gesprochen. Ich glaube, der große Unterschied ist, dort wird gesagt, da wollen wir hin, jetzt probieren wir es aus. Und bei uns in Deutschland wird gefragt, ja, aber, ja, aber und dann sind wir beim Nein. Weil es muss gleich sofort alles perfekt sein. Und wenn wir uns zum Beispiel nach Lösungen fragen, sagen, das wäre unsere Idee, dann kommt, ja, aber, wie soll denn das gehen? Und ich glaube, da liegt der große Unterschied. So habe ich ihn jedenfalls wahrgenommen. Er hatte die Bereitschaft, Dinge auszuprobieren. Was hat funktioniert, hat man weitergemacht? Was schief ging, hat man geschaut? Was können wir daraus lernen? Und ich glaube, das wäre für uns Deutschen, die immer alles so schrecklich perfekt machen müssen und zudem gefühlt auch in einer gewissen Präsigkeit angekommen sind, weil wir wirklich, es geht uns allen so... Es geht uns allen so schrecklich gut. Und aus dieser Bequemlichkeit kommen wir nicht mehr raus, mal Dinge einfach anzugehen. Und ich glaube, das ist der ganz große Unterschied. Und die gesetzlichen Vorschriften, aber wir sind ja hier, um das alles besser und schöner zu machen. So, der Perfektionismus also, gegenüber dem einfach loslegen. Monika, dein Schlusswort für unsere Runde. Ja, ich glaube, es gibt zwei Gründe. Wir haben eine deutsche Nachhaltigkeitsstrategie in den 2000er Jahren entwickelt. Die war vorwiegend auf Effizienz ausgerichtet. Und wir haben alle, die sich mit Cradle to Cradle schon mal beschäftigt haben, festgestellt, dass Effizienz immer nur heißt, weniger schlecht. Und wo wir hin müssen, ist einfach, wir wollen erst mal das Gute definieren und da wollen wir hin. Und das ist auch ein Umdenken, ein kultureller Wandel. Und das muss erst mal auch sozusagen in dieser Strategie auftauchen. Und ich gebe Helge vollkommen recht, wir sind immer, wir sind häufig nicht ins Gelingen verliebt, sondern ins Bedenkenträgertum. Und ich möchte gerne, und das versuchen wir mit dem Verein ja auch schon seit acht Jahren, das ins Gelingen verliebt zu sein, mehr zu propagieren. Und ich hoffe, dass wir da viele Leute mitnehmen können. Und ich versuche, mit vielen Menschen zu sprechen. Und wenn es ein bisschen ansteckend ist, dann hilft es ja auch, dass wir einfach mal anfangen. Vielen Dank an Monika Griefan, André Dzikus, Laura Witte und Helge Fiebig. Euer Applaus.